Alright, Ladies and Gentlemen, wir gehen mal wieder rein, es ist wieder soweit, falls ihr keine Ahnung habt, wir spielen gerade GTA 5 Story, es ist mein aller aller erstes Mal, ich habe noch nie vorher GTA 5 Story gezockt, wir sind aktuell bei dem Part, wo Michael und Trevor sich getroffen haben und wo Trevor gemerkt hat, so fuck Michael lebt noch, falls ihr die Story selber gespielt habt, ja, wir haben eventuell beim letzten Mal einen kleinen Autounfall gehabt, hier kleiner Ausschnitt. Bitte sagen, bitte sagen, wenn man kann das retten, Leute, darüber habe ich erst mitten im Flug nachgedacht, das heißt, wir müssen heute auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld verdienen und uns das Auto wieder kaufen mit Michael, das wäre sehr geil, ja, mal gucken, was es noch so geht. So, hier müsste es irgendwo sein. Yo, was geht ab, Männer? Oh ja, wir haben der Regierung geholfen, also Davy halt, das war das Letzte, was wir gemacht haben. Ja, die haben vermutet, dass es so ein Typ, der sagt, er ist tot, nicht tot ist und wir haben es aufgedeckt. Yo, yo, nimm mal deine Grabstahl weg, Junge. Bruder, er war einfach ganz kurz mal einfach nicht zu sehen. Chillig. Chillige Cutscene. Wir haben gelesen, dass sie mit Mr. K. in der Lokal-Agency-Station gehalten haben. Ich habe einfach mit dem Mann. Die Agenzie ist auf die Frage, weil von deinen moronischen Antik, in der Koroners-Office. Wir müssen ihn rauskommen, bevor er blabbt. Ich habe das, was Agent Norton gesagt hat. Dann, ich glaube, dass du mit einem alten Agenten geholfen, der lebt, aus der Vergangenheit war, war dein erstes Fehler. Du bist mein Mann, jetzt, Amigo. Bro, der Typ nervt. Das ist ein kranker Loser, Mann. Holy shit. Das ist ein kranker Loser. All right, wir haben einen neuen Auftrag bekommen, Chad, vom FBI. Warum machen wir das nochmal genau, Chad? Weil die uns sonst auffliegen lassen, so mäßig? Ja, ne? Nein, vom FIB. Ja, okay, Bro. Okay, sorry, nicht vom FBI, sondern vom FIB. My bad. Das ist sicherlich nicht, dass FBI gemeint damit. Hey, ich bin nur ein Puppet. Du bist der, der die Stringen zieht. Whatever's move, der Drift. Ah, der nicht so. So. Wir sind da. Hallo. Oh, oh. Helichat? He. Yo. Das ist ein anderer KG-Moderfucker, all right? Not you. Hey, T. Enough with the faux-political Bullshit. What am I detecting some, some sort of son I never had? Bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. You want to replace some father figure? You can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Ach so, wir haben ja im letzten Mal auch alle verloren. Unsere Tochter, unseren Sohn, unsere Frau. Alles. Unser Auto. Wir haben nichts mehr. Aber wir haben immer noch unseren Skill, Sachen zu rauben, Chad. Deswegen holen wir alles wieder und werden uns die Bunden heilen mit Geld. Das ist der Plan für heute. Okay, Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right? And we do this. And they help us springen Brad. Fuck us. What's up, guys? We'll talk about Brad later. All right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, Homie. Yeah, whatever. Digga, Franklin Spike sieht so fresh aus, man. Ey, Kagami mit zehn weiteren giftet. Viel, viel Liebe in den Chat. Danke für den Support, Bro. Digga, oh. Fresh ist auf mit, Junge. Und ab ins Berghain. Holy shit. Alter, auf Fetisch angelehnt, Junge. All right. Muss ich das jetzt hier machen? Oh, nein. Okay, wir kriegen das hin, Chef. Wir kriegen das hin. Steuer mit Maus. Ja, ich finde das mit Maus nicht so easy. Ich fand das eigentlich mit Numpad ein bisschen chilliger. Okay, wo landen wir? Wir landen wahrscheinlich hier oben auf dem Haus vom FDIB. Oder machen wir jetzt weiter von IIA? Okay, 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 okay. Chat, chat, chat. Watch this. Oh, das geht automatisch. Nice. Ich muss nicht landen, okay. Nice. Benutze es zum Abseilen. Drücke links, klick zum Springen. Kletter runter zum Fenster, okay. Ich denke, ich würde mir so in die Hose scheißen, wenn ich das hier machen würde, in real life. What the fuck? Du gehst eh um einen Blick ins Büro. Okay. Oh, okay. Oh, die foltern den. Ich dachte, das ist die Polizei. Yo. Yo. Oh, das ist CIA. Okay, okay. All right, chat, watch this. Watch this. Watch this. Ich muss nachladen. All right, easy. Ich will Logi den Typen auch noch abschießen, aber dann ist die Mission vorbei. Kann ich hier noch einen Fensterschutz erschießen? Oh. Oh fuck. Ist der tot? Ja, ne? Oh, da kommt noch einer. Ich sehe den aber nicht. Ach so, wenn ich es gekriegt. Ah, okay, okay. Easy. Kommt da noch was? Easy going, what the fuck? Hey, by the way, kleine Zeitinfo. Wenn ihr sagt, es ist Content und es ist geil, könnt ihr auch gerne mal in YouTube-Kommentare schreiben. Würde ich noch mit NoReacts und vielleicht noch ein paar andere Leute, die Bock haben, die die Online-Missionen spielen. Ich glaube, das könnte ganz geil sein. Dann habe ich noch eine Waffe. Warte mal, wie wächst ich noch mal Waffen? Warte mal, wie wächst ich noch mal Waffen-Champ? Ist es nicht tappt? Ah, es geht nicht. Maus hat leicht? Ne, auch nicht. Easy. Ich glaube, ich habe ihn. Hat das der Pilot? Ne, ne? Der ist down, der ist down. Der ist da auch, macht's gut, oder ist der noch? Easy. Easy. Jungs, macht's gut, ne? Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie perfekt ich landen muss, also positionsmäßig. Aber... Ja, 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 ist vorher noch fast abgesäbelt mit dem Motor, aber ansonsten nehmen wir. Ansonsten nehmen wir. No, 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 I'm sorry. Immer im da. Und rein, die Drecksau. Mal wieder ein weiterer Tag im Office, was soll ich sagen, normaler Motor. Mann, Junge, als würde man so casual mit so einem Heli rumfliegen. Einfach so, Bro. Ohne irgendwas, ohne mit irgendeinem Tower zu reden. Als würde man einfach so losfliegen, Bro. Das ist so unrealistisch, einfach. Das ist Amerika. Chat, ihr könnt nicht alle Sachen, die unrealistisch sind, mit Amerika beantworten. So funktioniert es nicht. So, wir machen mal hier eine kleine Sidequest für ein bisschen extra doller. Ich glaube, es hat mit diesem Typen zu tun, der da sitzt. Hallo. Legalize weed. Don't say no to dope. Ah, komm. Ah, mir geht's. Mana ist crazy. Komm, hau an. Komm. Hau an, die scheiß Loser-Rakete. Die Hauptschul-Trompete. Mach sie an, komm. Ja, Mann, so fühlt sich Weed an. Genau so. Erledige die Anions. Was? Das ist die Quest. Bro. Und deswegen, Chat, braucht kein Gras. All right? Sonst müsst ihr mit einer Minigun die gottverdammten Aliens umbringen. Boah, das fühlt sich an wie so eine Aim-Map, wo man sich so, so eine Walmart-Map von Counter-Strike. Er geht auf One-Tips mit Minigun. Ha, 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 ha. Wahrscheinlich schießen wir so irgendwelche, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Grundschulklassen. Ah, ja, oder halt irgendwas. Also, genau, vielleicht sind da irgendwelche Menschen gewesen, actually, wie gerade. You know? Oder wir haben einfach die Luft gesossen. War das die Sidequest? Was? Was? Was hab ich dafür bekommen? Nichts? Wir switchen mal zu Franklin. Weil ich glaube, wenn wir die Hauptstory weitermachen, kommen wir am schnellsten an Casual für Michael. So, yo. Geht's um B. Ah, fuck zu spät. Wir werden später nochmal ein Chat. Yo. Das ist alles, was wir haben, mein Mann. Das ist unser Herz. Das ist nichts positive für deine verrückte Arten. Ich sage, left. Du sage, right. Ich sage, become ein Doktor. Du sage, become ein Patient. Ich sage... Wer ist das? Hallo, Missy. Wow. Franklin. Du hast nie gesagt, dass du eine Frau hast. Ich bin Denise. Franklin's Hausmaid. Ich sage, meine Mutter, meine Mutter's olden Dried-up-ass sister. Shut the fuck up. Ja, shut the fuck up. Yo. Hier, Darlin. Warum nicht du, gehst dir selbst etwas schönes, okay? Danke. Danke. Das ist... Das ist $7. Ich sagte, etwas schönes, aber nicht wertvolles. Du willst du eine grüdieinige Frau? Huh? Nein. Yo, yo, yo. Ich sage, dass du alle das sind. Ja, aber noch. So, weiter geht's. Boom. Mach auf die Scheiße. Spiegel. Ah ja, mach ich alles gut. Ja, was das für Brick? Oh, ist das nur auf einer Seite gestreckt? Oh, was, 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 was? Oh, das gibt's in der Mitte. Oh, oh. Der Wichser wollte uns bescheißen, Chad. Yo, yo. Wahrscheinlich hat der Typ uns nicht getroffen, oder? Gott, damn, man, what's up? You got more. Get the fuck out of here, man. You ain't got nowhere to come. Laying ass punk. Hey, that's gonna be more dangerous, man. Bro, diese Fights könnten ein bisschen schwerer sein. Mein Gott, das würde mir so wenig Spaß machen mit, äh, mit Controller, bro. Wait, oben drauf ist irgendwas. Irgendwo da hinten oben. Ah, da. Ist auch so satisfying, dass man die alle mit One-Tap killen kann, bro. Ich hab' die das noch nicht tot. Bist du taub? Oh, ich hör' nicht zu. Ich hab' keine Ahnung, was die labern. Ich schieß' nur. Ich kann nur eine Sache machen. Ich hör' nicht zu. Ich hab' absolut keine Ahnung. Ich hör' nicht ein Wort sagen, was die gesagt haben. Real Talk. Keine Ahnung. Ich hab' nicht mal bekommen, dass sie geredet haben. Real Talk. Oh. Wait, wer war er? Digga, er ist einfach ins... Er ist einfach in die Bullets gelaufen. Holy shit, den wollte ich gar nicht abschießen. Bro, ich liebe Shooter über alles, ne? Holy shit. Yo! Was geht ab, ihr scheiß Loser? Her mit den Jet Skis. Yo, Bitch, runter. Obwohl, du kannst eigentlich drauf bleiben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jo, komm einfach mit. Digga, mir hat wirklich die Frau mit. Digga, die hatte so viel Zeit abzusteigen. What the fuck. Bro, Real Talk, in this point, sie ist freiwillig. Oh, oh, Jungs, Jungs, Jungs. Oh, wir switchen. Trevor muss selber gucken, wie er weiterkommt. Oh, 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 oh. Ja, Shuttle vergabt, du hast dich selber dafür entschieden. Digga, ist nicht dumm. haben wir ein ziel oder fahren wir einfach wir ballern einfach mal einfach mal ballern vor dem gescheiterten drop deal mit jetskis wegfahren ist auch crazy dekadent man das ist sehr cool let's go nice okay aber wir kommen ja am besten jetzt hier wieder ein auto haben aber ich kann auch einfach wechseln ja ganz ehrlich trevor soll einfach selber gucken wir trevor soll einfach selber gucken wir nach hause kommen dicke hey real talk bruder guck einfach selber wir zocken mit franklin weiter easy sorry oh digger das ding geht crazy holy shit ok jetzt gehen wir mal an was das ich weiß nicht ob das eine main quest ist vergiblich zum lagerhaus so kieser auf mich jetzt wird schon anscheinend yo papillette möchte mich einfach danken sagen nur mehr von ablenkung wenn es mir mental scheiße geht ja ich wusste mal an dich wusste mal an dich boom best shape of my life yeah yeah i could still take you sugar tits that's because you're fucking deranged and that's because you're in good shape hey die sind lange auf die fünf stepfes die sind lange auf die fünf stepfes okay pork chop boom oh ladies god assholes you you back there i know you but you 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 i don't know yeah well until i see reason otherwise why don't we just keep my eyes you where did we meet nowhere pal yeah we did hey what are we doing here huh this yo oh das ist der von dem von links ne he's gone from äh from frb this is michael and this this is now our friend here he claims he doesn't know anything i don't know anything i don't know anything i don't know i already told nothing nothing oh shit wir holen uns aus dem wir uns mit dem harten weg aus dem raus chat Yo, 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 yo. Ich lese das gleich, wir gucken wir uns gerade in den Chat. Nein, nein, ist nicht das, alles gut, Chat. Oh, er weiß doch was. Aha. Oh, bitte sag mir, wir ziehen keine 10 oder Nigel raus, boah, das ist ja mega ungeil, Digga, real talk. Das ist ja fucking disgusting, Mann. Oh, okay, okay, wir sind sich direkt. Okay, vielleicht sehen wir es gleich. Fuck. Oh, lässig. Lässig. Kein Kratzer, ja gut. Ein bisschen Schmutz immer. Superkrieg gefahren, Chat, superkrieg gefahren. Das Auto ist so gefickt, Digga, die Scheibe ist im Arsch, vorne Motorhubes ab. Bruder, wir sehen so super sexy aus, einfach. Wir parken genau vor dem Haus, wo so ein Shady Guy. Oh, um das Ziel zu finden, folgst du, Mr. K. Ja gut, dann machen wir es. Äh, ja. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal, was braucht man hier mit? Schwinge den, wirklich linkslig, um den Schraubenschütz zu schwingen. Oh, nee, oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Nicht der Ball, sagt. Wir nehmen mal eine kleine Abkürzung. Hahaha, really? So. Der Bruder soll sich dieses You Drive-In nochmal überlegen beim nächsten Mal, Alter. So, wir sind da, ladies and gentlemen. Wir fahren mit einem chilligen Drift rein. Gute Abkürzung, ja, ja, wir haben crazy was gespart. Let's all do. Oh, nein, der muss uns noch was geben. Wir brauchen noch eine Information von ihm. Was machen wir jetzt, Chad? Was nehmen wir jetzt? Hm. Hm. Wir nehmen mal die Zange. Ach, Bruder, bitte jetzt nicht. Ziehen bitte einen Finger oder so. Aber jetzt nicht irgendwie Fingernagel oder Zähne. Nein, nicht Zähne, nicht Zähne. Oh, nee, Digger. Zähne finde ich so räudig. Oh, nee, Digger. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Oh, well, you ain't gonna be chewing Steak anytime soon. I don't know why I ain't get out of here. Bro. Bruder, wir hätten ihm auch irgendwie drohen können, seinen Class of Clans Account zu löschen oder so. Bro, was ist für eine kranke Scheiße hier? Hey, 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 now, huh? Now, you ready to talk? I've been ready to talk and sit there. Hey, what the fuck? Nein, Dach, jetzt zu weit. Noch schlimmer. Stop. What does he look like? I was built. I was built. I was built. I was built in middle age. Yeah, yeah, it sounds like you're Stalin's better in there. Bist für mich auch ein Doppel in Deutsch, ne? Weiter so. Okay, he's aserbaidsjani for God's sake. Look around, not enough for you? Okay, wie so einen Black Guy? You see anyone down there who might be an aserbaidsjani? Fuck do I know? You might be an aserbaidsjani for all I know. What does one look like? They look eastern. I have this town looks eastern, Davey. You got to follow the shot in the Class of Clans Account. Thank you for that. Anyone stand out? No. They all kind of believe in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this. Look, we're gonna need some more info on this. Look, we're gonna have a party out there. Und er ist super hell, Bruder. Auf ihm ist legit so eine Lampe. Next is to Trevor. Aber wir kriegen noch mehr Informationen anscheinend? Okay. Ey, wo ist die da nicht für fünf weitere Robo? Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor. Show our contestant what he's won. I remember. I remember. Oh, nein. Ja, komm, dann nehmen wir den Kanister, Digga. Was soll's. They'll be doing this shit at elementary schools in no time. It's legal, Bro. Legal. Was machen wir jetzt? Zünden wir den jetzt an, oder was machen wir mit dem? Hexenschuss Digga, Waterbond wie mit Benzin, Bro? Ah, nee, ist nur Wasser Oh, Bro, das ist crazy Ist das nicht sogar ein Kriegsverbrechen oder so? Ah, der foltert allgemein, glaube ich Ist USA, Kevin Achso, das erlaubt Ja, stimmt Stimmt, true My bad, my bad Bärtige Typen Okay, Typ mit einem Bart Oh, er vielleicht? Oh, er, oder? Er ist es Der sieht aus, als würde er aus Aserbaidschan kommen Das ist er Das ist er Easy Wir haben den Gami Easy Wir haben den Bruder hier ein bisschen verschonen, glaube ich Der hätte sonst noch irgendeine Bombe kassiert So lucky nicht Smart Ich brauche nur wenig Informationen Wenn die Videos nicht mehr von Cracks war und will, wenn die Videos nicht mehr von Cracks war und will, wenn die Videos nicht mehr von Verform Ne, nicht Den passiert ganz schlimmer, du sagst Amar mit seinem Cutter, wenn er schlafen will Bro Amar mit seinem Cutter, wenn du Tag vorher fordern World Cup war Aber es gibt es 23.30 Uhr, das Video muss trotzdem nächsten Tag um 8 kommen Digga Junge Auch krass, Digga Der Typ wurde gerade wirklich Der hat gerade eine So eine Schraube Wie sagt man das? So ein riesiges Metallding da Wie heißt das? Schraubzange oder so? Hat er in seinen Sack bekommen? Äh, wir haben ihn gewaterboardet Der hat ihm den Zahn gezogen Und er wäre fast outgepassed Gestorben Und deswegen musst du ihm eine Adrenalinspritze geben Und jetzt soll er auch noch ordentlich reden, Digga Ja, fang ich mit dem Verfahren Die Medien und die Regierung haben uns geglaubt, dass die Tortur etwas notwendig ist Wir brauchen Informationen, um uns selbst zu beantworten Haben wir keine Informationen aus dir? Ich habe dir alles gesagt Genau Torturier für den Torturier Oder der Typ, der die die Ordnung für den Torturier Du Torturier mit guten Zeiten Wir sollten alle sagen, dass es sinnvoll ist Es ist sinnvoll, als Grund zu bekommen Warum hat er nicht die Regierung einfach alles verraten? Wie dumm, dann wäre er nicht gefoltert worden Wo ist er der Adolf? Ja, ich kann auch sprechen Warum blutet sein Schwanz? Ist eine andere Story, Bro Eventuell wegen der, äh Zehn Kilogramm Rohrzange, die ich ihm komplett reingezimmert habe in seinen Hodensack Eventuell Eventuell deswegen Alright Weitere Mission ist durch, Chat Easy So, wir sind wieder zu Hause angekommen, Chat Weiß nicht genau, was wir hier machen müssen Wir gehen einfach mal rein Oh nein, durch die Loser wieder Ach nein Durch die Loser wieder, Digga Wir werden uns, Trevor Wir werden uns im Moment Wir sind alle Weit und Run Wir sind alle Weit und Ron Wir sind nicht so viele Frauen Ich finde es einfach Und, ähm Und, ähm Und, Deborah Wir sind geboren Also... Das ist schön Aber ich bin Angst, dass sie mich verlassen Ich meine, das ist ihr Platz Und in der Fornication Aber der ist nicht geworden, oder? Der war schon mal. Floyd, der Cousin von Wade. Ah, ja, ja, stimmt. Same. Let's get you, Wade, and that little tormentor down there, to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Ron, we got an inside man at the port of L.S. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plant this. Alright, nächste Person-Shirt. Let's go. Dann machen wir's mal. Mood. Ja, cool, check. Das war anscheinend auffällig, ja? Ja, okay, das macht Sinn, ja. Bitte sag mir, ich muss jetzt nicht komplett nochmal da hinfahren, das wäre mega nervig. Sorry. Maloche, Chad. Ist keine Mission, wir müssen nichts ausrauben, wir müssen einfach nur arbeiten jetzt. So, how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response? Yeah, well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam-Turner overpass. I just said, they had the water surface real covered. Check. Ja, ja, ja. Ja, ja, easy. Ich mach das, ich mach das. Nächste Olympiade gegen Bastille. Zehn Minuten ohne Unfallfahren. Wann kommen wieder Among Us? Digga, ich hab das letzte Mal Among Us gespielt vor ewig. Ups. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Übertreib halt, Digga. Ich hätte da locker durchgepasst. Das hat gar keinen Grund. No, du, es gab gar keinen Grund, warum das Ding gecrashed war. So ein Quark, so ein Quark. Ich hab letztens so ne Baustelle gesehen, wo so einer am Bagger saß. Und einer hat so mit der Schaufel irgendwas gemacht. Und ich dachte so, Digga, wenn ich in diesem Gabelstab, äh, in diesem Bagger sitzen würde. Realtalk, ich hätte save, ich hätte savecall einmal diese Bagger, diese Baggerarm einmal so rumgeswischt. Und den Typen so ne übelste Kopfnuss damit gegeben, Bro. Ne, aber Realtalk, die haben da so ohne Helm gearbeitet und so. Ich hab gar nicht gecheckt, wie denen da nix so... Also, kann man das so unter Kontrolle, wenn man da drin sitzt? Ich denk mir so, Bro, was, wenn das aus Versehen dann doch passiert, genau? Aber, I don't know. So. Sagen wir mal hier den, zack, zack. Gibt es für dich die Option. Äh, so, was müssen wir hier machen? Die Dinger transportieren? That's it. You're in position. That's lined up. Move the spreader down, so it can grab the container. Boom. Easy. Ich find die Mission eigentlich ganz geil. Also, ich check, das ist jetzt nicht so in diesem GTA-Style, man schießt zehn Leute tot. Ah, ist jetzt eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Muss man allgemein sagen, dafür, dass das Game eigentlich nur ist, baller Leute ab, ist es eigentlich relativ abwechslungsreich. Das ist schon ganz cool. Boom. Alright, easy. Zwei vor zwei, Chat. Alright. You're done. Break time. Wow. I mean, this is some view, ain't it? I'm gonna take a couple shots for my boy. Jetzt sind wir hier so Boat, Boat, äh, Spotter. Alter, was ist das denn? Ist das krank? Na, ist ein Banger. So, ah, warte mal. Bro, ich dachte, das ist wirklich für die Privat. Digga. Äh, das ist für die Mission, Alter. Fotografiere eine Wache, alright? Boom. Fotografiere das Heck vom Schiff. In der, aus der totalen, so. Ist das das Heck? Ich weiß nicht genau. Ah, nee, das da hinten, ne? Nee, doch nicht. Boom. Ja, Heck ist hinten. Ja, ich dachte, ich weiß. Aber ich dachte, das ist hinten. Aber das da hinten ist hinten. Äh, an wen soll ich das schicken? An Ron? Ich dachte, das war schon Cheng, I don't know. So, haben wir gemacht. Ihr gebt dich vom Kran hinunter zum Dock. Alright, easy. Perfekt ausspioniert, Chat. Easy going. Weiter geht's. Junge, auf einmal ETS. Truck Simulator. Was geht jetzt ab? So. Wir sind da. Ja. Hey, 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 hey. You can't come through here. Oh, shit. Oh, shit. Oh, entiendo. No, understand yo. Huh? Manifesto. 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 Say, never here. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? Get back out. Get back out. Get back out. Get back out. Yo. Yo. Und wie fühlt es sich an, das erste Mal im Leben zu arbeiten? Das ist nicht das erste Mal, dass ich gearbeitet habe, Arschloch. Digga, warum bin er jetzt zusammengetreten? Pro, was hat er gemacht? Hahaha. Digga. Easy. Vollidioten, Digga. Achso, weil es Amerika ist. Jaja, scho scho. Yo. Mach's gut, Chef. Ciao, ciao. Kann ich hier in irgendein Auto einsteigen? Alter, das ist das Flug. Das ist der Fluchtwagen-Chat. Holy shit. Das ist er. Warte, 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 warte. Bevor wir losfahren. Wichtige Sache. So, jetzt können wir. Scheiß auf Ron, der soll selber seine Scheiße machen. So, wir sind zu Hause eingekommen, Chad. So. Moin, moin. Oh ja, wir müssen schon das Chat noch tun. Ja, true. Und meine Bitrate ist schon hoch. Danke, Modell. Digga, what the fuck. What the fuck. Was hat er da gemacht, Bruder? Was war sein Job? Ja, Moin. Oh nein, oh nein. Was guckt ihr da hinten? Was soll ich das hier oben noch ein gucken oder so? Oh, nice. Ist das alles für mich? Ich glaube, sie haben zwei von diesen Sachen, aber wir brauchen nur einen. Der erste ist auf dem Freitern, in der Container, unter dem Deck. Sie haben die Gäste all über das Schiff. So, es ist wahrscheinlich, dass sie es auf dem Boden halten. Die Gäste. Die Gäste, die Gäste, und die Gäste in den Porten werden in den Porten geöffnet werden, Ja, lass das mit dem U-Boot machen, oder? Ich habe nicht so richtig zugehört, wir machen einfach mal. Bevor wir weitermachen mit der Mission, geben wir ganz kurz unser normales Auto, mit dem wir immer die Story-Missionen fahren, kurz upgraden. Weil es nervt mich übel, dass das so scheiße aussieht, wenn wir so oft damit rumfahren. Okay, dann machen wir einfach Lackierung ordentlich. Ach, Digga, das sieht ja überscheiße aus. What the fuck? Ach, du Scheiße, Junge, das sieht ja mega... Ja, dann nehmen wir ja wenigstens das hier, oder? Komm, dann machen wir das richtig scheiße. Ey, wenn, dann richtig beschissen, Junge. So. Und die Karre ist fertig. Guckt euch das an, Chef. Wow. Ich finde, die Karre passt viel besser zu Trevor. What the fuck? Bremsen? Wofür? Wir benutzen die nicht. So, diesmal die Karre nicht ins Wasser fahren. Lol. Oh, yo. Boop. Danke für die 20 Dollar, Arschloch. So, dann setzen wir mal das Tauchboot ab. Boom. Yo, das sieht ja übercool aus. Damit erst mal zur Titanic fahren. Pff. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach reinjumpen kann. Ja. Klettere auf das Tauchboot. So. Junge, crazy. Easy. Einfach so ein gottverdammtes Tauchboot, Bruder. Ah, er nimmt das mit dem Kran hoch. Smart. Smart. Ja, das ist ziemlich big. Das ist fucking smart. Da kannst du jetzt direkt deine 500 Kaka aus dem Wasser holen. Yo, kracher, Digga. Ist das dreist, wirklich. Okay, wo müssen wir jetzt nächstes hin, Chat? Wie schmecken die Stehen vom Papi? Okay, hier nicht hin. So. Hallo. Daddy ist wieder at home. Hey, you guys, I'm expecting company, all right? Ich will das Haus clean. Wade, you tidy. Floyd, massage. No, no, I really don't. Do you want me to get my dick out again? No, no, no. Does anyone want that? No, no, you're right, you're right. Hey, bro, what's up? Oh, hey, bro, you're late. Nine years fucking late. You know, you're so late, in fact, you have no right to call me. Bro, is that clear? Ah, shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh, yeah? Well, you're like a shit. Exactly like a shit. Where's the assistant? On his way. Yeah, kid idolized us here. Creeps. Yo. Yo, Frankie. We were just talking about you. Ah, nattering. You know how it is. Gang pull up. Yeah, whatever, man. So what we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah, done most of the planning, and I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah, yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He had a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison. Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester sings pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy, all right? We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's a little helper. You're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. Now, you, you're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, while you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fucked. Where'd you get the pussy, Mikey? Fuck you. Ah, better. I like that. Fuck you. Good, good, all right. Now, let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my commando, master. Let's go, junior. Stop dragging your heels, kid. Dann machen wir's mal, Chad, right? Und lass uns mal ein paar Racks verdienen. Während GTA fühlt sich mein Chat so an, als wäre ich jemand, der auf YouTube-Videos macht und heute mal einen Special-Stream macht. So, der zum R einmal im Jahr einen Special-Stream macht, weil ich so 100k Abos gehittet habe oder so. Das ist der Chat, bro. Hey, dog, I'm in position. Let me know when you're ready. All right, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Hey, yo, there's two doors. These are bad dudes, right? From what I read about them, yeah. They ain't no peace workers. Schaltet die Wachen in Erfährung aus. Wo sind die? Also der und dann sonst noch einer? Den können wir auf jeden Fall schon mal gucken hier. Digga, ich dachte irgendwie, das sind Franklin und Michael, aber ich bin selber Franklin gerade. I don't know. What the fuck? What the fuck? Sehr geil. Lass dich drüber reden, Jungs. Junge, ich bin wieder in meinem Berghain-Outfit. Leg die erste Bombe am Bug. Okay, hier einfach. Drum, easy. Okay, all right, all right, all right. Boom. Oh, fuck, fuck, hier. Ah, fuck, hier. Sehr geil. Er hat zwei Schüsse auf meinen Neopren-Arsch geschossen. Da konnte ich nichts machen, Chad. Fuck. Oh, mein Gott. Ja, bring an. Du solltest das ohne Insekt machen. Ja. Wir machen es nicht so ganz unentdeckt jetzt, Chad. Schlechte Neuigkeiten. Äh, ich weiß nicht, muss ich das schon hier knallen? Oben? Noch weiter oben? Er spielt ohne Schleichen. Ja, ich bin einfach reingeweilert auf YOLO. Scheiß auf Chad. Die nächste Schleichen-Mission machen wir echt die, machen wir echt die Stuff, Chad. Oh, Digga, wie lange lebt der nach? What the fuck? Oh, mein Gott. So. Oh, mein Gott. Digga, das lebt wirklich neun Jahre lang. Komm, pieg noch einmal, Arschloch. Okay. Oh, shit. Das ist noch mehr. Easy. Egal, was denn ist, Junge meines Lebens. Benugst man deiner Fähigkeit? Wofür? Alright. Und raus. Woo. So, der streben wir die Scheiße hoch, Digga. Das muss ich anrufen, Chad. Ah, hier. So. Das ist wirklich ne crazy Animation für vor elf Jahren, man. Muss man das beschreiben. Muss man das beschreiben. Wirklich krass. Wirklich krass. Digga, es gibt Games, die heutzutage nicht mehr so gut aussehen. Crazy, crazy, crazy. Rockstar melkt diese Kuh schon seit zehn Jahren. Ja, und ich hoffe, dass sie weiter mitmachen, weil ich hab Aktien. Ich hoffe, die machen noch weitere zehn Jahre so, Bro, mit GTA 6. Das wär awesome. Und jetzt schön die Scheiße einsammeln einmal. So, hier irgendwo müsste es sein. Ja, da ist es, da ist es. So. Easy, joink. Und dann lassen wir, dann haben wir ab, Chad. Let's go. Joink. Boah, ich hoffe, das bringt Big Cash. Weil da können wir uns mit allen Charakteren, äh, fette Autos holen. Das wär sehr geil. Boom. So. Dann Chef einmal rausholen, bitte. Fuck, du hast da. Fuck, du hast da. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Digger. Man, you can say whatever you want about Trevor, but shit, you've got it done. Yeah, let's hope so. Hey, is that a master? What? Hey, man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Digger. Digger. Bro, da fällt dir das an, Alter. What the fuck? Warte, zabe ich. Da ist er wieder. Ok wir haben anschein' eine crazy Superwaffe geklaut, Shad. Ja gut, GG's. Ich bin gut, hm? Du hast eine Idee, was du hier gemacht hast? Ja? Ich habe eine Anzahl. Was, du jealous, weil du nicht dein 20% bekommen hast? Wenn die Sache nicht zurückgehen, dann werden wir alle auf jeden Aufmerksamkeit auf der ganzen Planeten. Aufmerksamkeit? Also fucking watch! Also, siehst du nicht, sie töten! Idiot! Wir werden alle sterben in einem Wochenende! Ich denke! Ich denke! Ich denke! Geh den Truck, geh einen Mann, mach was du musst. Trevor? Du gehst mal auf, Trevor! 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 Dann können dich und die Patient das alles zurücknehmen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab gerade nicht drauf geachtet! Was genau ging gerade bei Lester ab, Digger? Bro! Bro! What the fuck? What the fuck? So, you mean to tell me this shit was all for nothing? What the fuck? Oh, mein Gott, Digger. You owe me, Michael. Knack Arsch! I am owed! What you gonna do, huh? I think it's something. I gotta get Franklin some work too. I think it's something. I think it's something. Okay, wie viel haben wir bekommen? Ah! 20 Millionen und haben Kosten für Leerverkauf 20 Millionen. Perfekt, GG's. Yo, perfekt. Mega geiler Einsatz. Geil, wir lieben gratis Arbeit. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück in Elboro Heights. Alright, Abhinder. Und jetzt ist ihr das Fahrrad angefangen. Hallo Männer! Oh, absolut. Yeah, yeah. You killed people, you tortured people. Here's Trevor. Great! Looky, looky, huh? Bunch of government shitbags in their favorite Stuhli. Geil. Ich schalte ein und das erste, was ich hier sind, dann hervorragende, ist Künste Kappa. Oh, really? Because I was told that if we helped out, with that thing which we did, then our past indiscretions would be forgotten, in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three kinds. Listen. We need help with something else. Some of the government. Some of it is pretty corrupt. Not, uh, not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? Crazy. I think they're gonna use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. That's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport. The fucking clowns are done with us. Fucking clowns are done with us. Die USA-Region-Corrupt, wer hätte das gedacht? Hohohoho... Die Abis, was... ...die da drüben... ...übern großen Teich. Johohoho, hör 이러 auf. Ich habe es. Klassische Blitz-Play. Es ist in der Industrie, nicht wahr? Also, ich denke, Fahrzeugen. Trash-Truck, Block-Toe-Truck, Sack-Em. Wir bekommen ein paar Disguisers, und wir sind Gold. Wir haben einfach, wie hell, diese sind die Angelegenheiten die keine Panik-Button mit ihnen. Wenn sie sind, dann wir damit. Wenn und wenn. Wenn und wenn. Ich werde meine Augen öffnen, General! Danke, Michael. Ja, dann machen wir es mal. Dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit. Warum sieht deine Karte schon wieder so scheiße aus, hä? Digga, was? Bruder, ich habe 10K ins Tuning gesteckt. Mehr, 20K. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Ist halt USA, ah ja. Er hat wieder umgetunt. Digga, ist das Kacke, Bro. Yo! What the fuck? Yo, yo! What the fuck? Oh, warte mal. Sorry, ich habe einfach Links-Klick gespammt. Den Bruder brauchten wir, actually. Ey, wir vergessen, was gerade war. Ich bräuchte drei Masken. So, okay, wir haben einmal Hugo. Dominik. Okay, also, Trevor kriegt schon mal den. Trevor kriegt den hier. Würde ich sagen, so. Dann, Michael bekommt... Michael bekommt ihn hier. Und Franklin... Arschloch. Ja. Denk ich dir hier. So. Easy. Zapp. Was sagst du jetzt, nachdem ich mein komplett ist gehalten? Ja. Hey. Hey. Hey, hey. So. Listen up, here's the plan. Hey, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here. In the garbage truck blocking the roadway. Franklin. You're in the alley. In a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit. Here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors. Grab up all the cash, bonds, whatever it is. I take it to Haynes guy. Saw the little hole for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay. When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here. On your post, eyes peeled. Yeah. We'll take the risk. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Zack. Huh? Na, da hab ich super Sachen organisiert für uns. Real professional. Na. Hab ich geile Sachen ausgewählt. Hahaha. Ja, was soll ich sagen, Bro? Was soll ich sagen? Ich finde, ich hab das gut ausgewählt, Chat. Let's do this. Sehr geil. Let's go, go. Alright. So. So. Okay. Boom, Step 1, Chat. Boom. Alright, T. I'm in position. What's the ETA? Boom. Boom. Looking for them. I got a visual on the target. Should be with you any moment. Was ist das, ein D-Transporter oder was ist das? Digga. Junge. Mit der... Mit der scheiß... Mit der scheiß Maske, Digga. Ich bin stopp. You're on, F. Ja, man. Da hat ja echt gar keine Chance vorbeizukommen. Was will er machen? Das ist wirklich impossible, da vorbeizufahren. Sanitation Art meant to be here today. Ohhhh. 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 Momon. Boom. Boom. Schönen Tag. 1, 2, boom. Okay, sorry, Digga. Bro, Plot-Armor. So. Elf Dollar haben wir bekommen. Und nochmal 17 Holy shit Yo Bro, he is a crazy feeder chap Moin moin Warte mal, kann ich damit den Hegel holen? Ah, der ist drin weg Easy So Boom Und dann auch er hier, dann haben wir es So Ich glaube, wir haben es, Jack Easy So Macht's gut, Männer Ey GGs, war eine gute Fight Ihr scheiß Loser Zerstör den Müllwand Adios So Weg hier, Männer Ach, ne Ach, Digga, das ist so unsatisfying Ich wollte, dass die Tür so megacool zugeht, wenn ich umdrehe Bro, wie uncool Alright, ich glaube, wir haben es geschafft, Chat Was ist das? Alles cool? Ja, Mann Shit, der Trass-Truck ist Trass, dawg Du bist gut? Nice work Ich bin jetzt mit diesem Mann Ich werde dir zeigen, wie es geht Alright Easy Wenn du mit der Story fertig bist, spielst du dann online? Ja, auf jeden Fall Alter, was geht denn hier ab? Oh, ich bin jetzt am beiden So Hallo Hallo Ja, ich spiel diese Fights irgendwie, als wäre das so ein Cutter Strike, Bro Ja Ja, und ich zeige dir, dass ich nicht fliehen würde Ha, ha, ha Da geht's Da geht's Da geht's So lange, Motherfucker Ja, ja, Crackspot, wenn jemand in den Clash of Clash besiegt Ich erinnere dich Ich erinnere dich Die Weekend-Interrogator Invest wiser Hey, hey, warte, warte, warte Wir sind noch nicht fertig, ich habe einen Job für dich, Bro 5, Top-Quality-Score Big-Ticket-Cars Ouh 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 Yo, 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 yo Yo, yo, yo Solomon Richards Bullshit Solomon Richards, the movie producer? Eh, he's retired, man, and I'm doing a finance deal for his studio I will make the connect, just as soon as you Alright Oh man Solomon Richards Gibt's den wirklich? Ne, ne? So, wir sind da Moin moin Childhood dream and dress up as a cop Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora freeway Sounds manageable Was glauben wir, Autos? Hey, you two get going Let's go, team Boah, der geht hart Holy shit Holy shit Der ist auch echt cool, man Boah Das sind drei Sehr, sehr Sehr, sehr sick Oh, das sind die beiden? Das sind die Autos, die wir klauen, Bro Die sind ja über sick, holy shit Aber jetzt haben wir die so angezählt, dass wir Rennen gegen die machen Okay, check, check, check Und dann gleich bobsen wir die Alright Ja, deren Karten sind irgendwie ein bisschen schnell als meine Digga, als würde man einfach jemanden an der Tanke anlabern Und dann so ein One-Wee-One-Wee-One-Rennen einfach gegeneinander fahren, Bruder Der ist ultra realistisch Achso, ja, stimmt, ist Amerika, true My bad Bruder, Michael, what the fuck Digga Was machst du? Nee, nee, das war automatisch Ich könnte nichts machen Ah, okay, jetzt sind wir die als Polizisten-Hops Okay, ja, ja, okay Jetzt check ich's Digga, aber trotzdem Wheelie machen Wie es sich gehört Oh, das geht nicht Man kann kein Wheelie machen, Chad Digga, die werden so gefickt, Chad Die kriegen schön 90 Euro und zwei Punkte in Flensburg Ja, und wir nehmen die Karren mit und verkaufen die das auch noch Aber das ist eher so ein privates Ding Boah, da kommt irgendwann der Punkt, wo die anhalten What the fuck Junge, das ist nearly possible Obwohl, obwohl Nein, da war meins Da haben sie Sooo Dann einmal bitte Ausweis und Fahrzeugkapiere, bitte Mhm, mhm, mhm Sooo Haben sie getrunken, was anderes konsumiert Haben sie gewichst während der Fahrt Was ist das so? Ja, aufis 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 Boah, die Autos sind übercool, Chad Ha, ha, ha ha, ha, roh Ey, Jungs, ich hab schlechte Neuigkeiten! Haha, wir sind keine Cops, lol. Falls es euch nicht aufgefallen ist. Ciao, ciao! Hahaha, schön Tag noch! Digga, der Song? Den Song hat er gehört, Bro? Während er 400 km h über den Autobahn gecruised ist? Fucking Mike Posner cooler than me? Sooooooo... Ist da! Moin! Oh, irgendwie sieht meine Karre ein bisschen mehr demoniert aus als der Rest? Hahaha, das wird ja sicherlich kein Problem sein, oder? Ich liebe euch alle! Oh, Gott, das wird fantastisch! Ein Kind und zwei alten Kreese. Wer der fucker hätte gedacht? Gentlemen, move die Fahrzeuge. Hey, gib mir 5, 5, und 5! Oh, hey, just kiss, Homie! Boom! Dawg, komm mal, Mann. Du hast das fucking Papier? Abso-fucking-lutely! Schau, du hast den Job, du hast das Papier. Aber, die Ordnung war für 5 Fahrzeuge. Wenn ich nicht falsch bin, das sind nur 2. Just give me the fucking money now! Es wurde nicht angesprochen, Chad. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich. Aber, you know what? Ich bin ein Payment-on-Completion, ein Work-Type-Guy. Du möchtest nicht den Job? Take a fucking walk! Come on, Mann. Oder der Typ nervt auch. So, was ist nächstes, Mann? Wieso hat Trevor einen Vollbart? Der war beim Friseur. Das ist Trevor? Ja! What the fuck? Check mir das nicht. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. Alright, so, who does what? You're not needed for this job. Bro. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Bruder, er nervt. Was zum Fick ist mit Trevor passiert, hatte ich ihn ganz anders in Erinnerung. Bruder, der hat einfach frische Seiten und Vollbart beim Friseur bekommen. Ganz normaler Friseurbesuch, Bro. Ich hab keine Ahnung, was ihr wollt, Chad. Alright, neue Mission, ladies and gentlemen. Put up your hands and stand where I can see you. Alright, you got me, Homie. Alright. You know how to work that face recognition shit already? Well, figure it out. So, wird gescannt. Franklin Clinton. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Man, fuck that. Man, fuck that. Fuck that high ass, homie. So, also. Wait, ist das ein Polizei-Heli oder was haben wir hier gemobst? Man, just get the house. Steuerhinterziehung. Aha. Okay. Was geht da ab? So, die kämpfen einfach und eine fällt fast runter. Super. Auch Steuerhinterziehung. Und? Was war das letzte? Okay, weiter geht's. Wir haben immer noch nicht den richtigen. Weiter. Boah, imagine, das würde so wirklich gehen. Dass man die so aus dem Heli einfach scannen könnte. Ich meine, technisch gesehen mit Gesichtserkennung vielleicht würde das sogar gehen. Ich weiß nicht. Aber aus der Range so gut? I don't know. So. Unbürgerliches Benehmen. Und? Oh! Chad Mulligan! Überschreitung der Höchstgeschwähigkeit und 1 Gramm Odd. Alles klar, wie sie den wünschen. Sprecht ihn hoch. Verfolge Chad Mulligan, um rauszufinden, wo er sein Auto geparkt hat. Nein. Boah, da wirklich. Bro läuft aber wirklich 0,5 kmh, Digga. Was hat der Hund gemacht? Geben wir den scannen? Imagine, wenn man sich scannen so, da steht da so. Wuffi. Dreifacher Mord. Irgend so ein random ass Shit. Mann, Digga. Jetzt fütter dich den Hund. Lauf zum Auto, Digga. Oder da steht so. Das ist einfach so grün. Da steht so. Wuffi. Good boy. Oh, shit. Oh. Easy. Wir haben ihn. Suspects on foot. Okay. I see the chop. I ain't far away. Der ist ein R. Ja, wo, 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 wo wird der wohl hingehen? Oh, oh, was? Oh mein Gott. Aber der habe ich ja nie gerechnet. Ja, also vermutlich ist das halt sein Auto. Oh, es durchsicht. Es trifft. Es trifft. Es trifft. Es trifft mir. Es trifft mir, wie sie mit mir. Es trifft mir. Es trifft mir. Tschö. Es trifft mir an. Okay, ich werde es nicht持つhalten. Es trifft mir. Die sind durchführend. Das wird sich an wie diese Verfolgungsjagden im Fernsehen, Bro. Der fährt ja genauso scheiße wie ich. WTF? Komm Franklin, gib Stoff! Der fährt sich wie meine Oma, WTF? Nee, der fährt schon besser. Nee, 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 ist so eine Lüge. Bro, der ist so langsam, WTF? Komm! Komm! Nice, perfekt. Und Chubo ist kurz umgefahren. Super. Einen zweiten auch noch. Er ist so scheiße langsam. Ist das krank. Digga, der hält sich an die Verkehrsregeln. Real Talk, was macht der da? Das ist der schlechteste Gangster auf Erden, Bruder. Real Talk, das ist eins vor bei Rot halten, was er macht. Oh, da ist ein Stoppzeichen, kurz anhalten. So, jetzt rechts, jetzt rechts, so top, noch ein Schubus gefickt. Na, super. Franklin ist auch noch mal reingefahren, Junge. Ein Kind in der letzten Reihe hat Gehirnerschütterung. Digga, wirklich 4-Punkt-Wendung. Und jetzt rein hier, Digga. What the fuck? Ist das scheiße, Digga? Okay. Ja, kommt auch super lowkey, wenn ein fetter Heli den Park ausfliegt. Da kommt er nie drauf, dass wir den gerade chasen. Oh! Oh mein Gott, da sind halt super viele, Digga. Was mach ich jetzt? Irgendwer fummelt sich da im Sack rum. Alter, da. Komm, Bruder. Franklin. Oh, das ist er, das ist er, glaub ich. Yo, Bitchboy. Sorry, für neuen Business. Boom! Vollidiot. Digga, was ist denn das für ein Whip, Alter? Mr. Clinton. Hey, Mali, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. Ab die Karre. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Felix von der Laden-Car. Bro, das ist wirklich ein Dehner-Auto hier, ne? Ja, das war dann nicht mehr so ganz guter Zustand. Alright. Fuck it. Steig das raus, Wilbur. Raus steigen! Schnell, 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 schnell! So! Gentleman. Einmal wieder aufmachen. Ich bin fehlend von der Laden. Danke. Ich grüße euch in meinem nächsten Vlog. Alter, wo sind wir jetzt hier, Bro? Wir sind auf irgendeinem Flughafengelände. Holy. Ich wusste nicht, dass wir direkt auf dem fucking Flugplatz sind. Ja, wir sind in irgendeinem Parkhaus oder so. Holy shit. Yo! 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 Fliegen wir dieses Ding jetzt? Nein, der fliegt das Auto. Klassiker. Oh, wait. Das Auto! Das Auto kostet 10 Millionen. Das meinte der eine geile Donation gerade. Holy. Wir hätten das einfach verkaufen sollen. Warum haben wir ihm das gegeben? Oh, man. Right back at me, Homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, 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 don't worry. It'll come, that'll come. But right now, it is life lesson time. Oh, krieg ich immer noch nicht mehr ein Paycheck? Denker dieser Nutten, Alter. Ist der Blindspiel in die Kratzer nicht? Welche Kratzer? Bitte? Fast cars, blowjobs, they got the world on a plate. Those two clowns? Oh, man. They are the worst kind of disaster, that can ever come down. Welche Kratzer? Ich sehe da nix. Da ist nix. Oh, okay. Ey, die Ausweis ist ja übelst, der Kracher. Cool, Audi A6 und Audi AA5 oder so? Mega geil. Ey, danke, man. Während ihr mit dem DJ wegfliegt. Ich bin selber schuld, die Drecksau. Ich bin selber schuld, die Drecksau. Guten Flug. Dieser Haufen Hundescheiße, wirklich. Okay. Real Talk. Wir können vielleicht nicht den scheiß Private entsprengen, aber wir können wenigstens diese Scheißhaut, was wir nicht nehmen sprengen. Macht's gut, Männer. Was? Das haben die nicht mehr gebraucht. Ach so, klar. Hat auch das Flugzeug beschädigt, oder? Digga, warte mal. What the fuck? Die Farbe der Ausweis hat geswitcht. Ist das irgendwie so ein crazy ass E-Stack? What the fuck? Ja, geil. Das sieht viel geil aus als vorher. Tschüss, tschüss. Boah, das war die schnellste Schranke, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Holy shit. Die Schranke, Bro. Also wer auch immer da arbeitet, sollte eine Beförderung bekommen. Digga, er hat ja das Ding perfekt getriggert. Er hat wirklich perfekt hoch runter gemacht, Alter. What the fuck? Chat. Ich hab euch heute der Stream gefallen. Wenn's der Fall ist, droppt gerne nen Papa L für die Mods in den Chat. Macht's gut. Und also lasst noch mal